Never coming down, I'm never giving up, I'm never gonna leave, so put your hands up, if you like me, then say you like me. Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht bereits mitbekommen habt, ich bin im Urlaub und ja, Szenen konnte ich euch nicht so ganz filmen, weil wir hatten es heute Morgen, gestern Morgen sehr stressig, weil ich habe nämlich vergessen, den Hänger vorzubereiten und deshalb hat es nicht so ganz hingehauen. Und ja, ich werde euch heute ein bisschen durch die Woche begleiten und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Beautiful. Okay, let's watch mal da. Das war's für heute. 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 Ich hoffe, das gefällt euch von der Ego-Perspektive ganz gut. Und der Jacky kann ja auch nicht so schnell. Das war's für heute. Okay. 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 Hey. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.